Da ist nichts zum kaputt machen. Ne, das sind nicht kaputt mach Kisten. Es ist voll fies, dass die die überhaupt herstellen. Laden einen ein so wiii zu machen und dann geht nichts kaputt. So, ähm... Ja, wir speichern. Gut, äh... Weiter geht's. Bunt gemischt. Da da di, da di da du da. Didel du und didel dey. Didel du da di da du da. Jetzt rede ich nicht nur Schwachsinn, sondern sing auch noch Schwachsinn. Das ist ein Wahnsinn mit mir. Halt meine Daos mit mir. Ja, wieder mal einen wunderschönen. Ui, ist das lang her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Genau vor... Fünf Sekunden. Ne, ich mag das jetzt da weitermachen. Ich mag die Scheißfestungen endlich da irgendwie fertig haben. Schnapp sie dir! So, ein Kirchen kann ich rufen und jetzt gehen wir da mal weiter mit dem... Aha, da vorne ist wieder ein Beobachter. Diesmal aber ohne Minecraft Material. Ich habe immer noch nicht nachgeschaut, wie das heißt. Vielleicht kann es mir ja jemanden in die Kommentare schreiben. Ähm... Wo kommen die jetzt hier? Ah, da. Okay. Ah, du bist so ein Mover. Du bist ein Mover. Warum laufe ich nicht? Warum? Alter! Ich könnte jetzt einen Trank verfallen. Lass du mich in Ruhe. So. Jetzt auf mein Tierchen los. Genau. Viel besser. Das kann ich mir wieder rufen. Wenn es tot ist. Und... Muss dich neu laden. Weil ich gestorben bin. Okay, Tierchen lebt noch. Ja, ja. Passt schon. Du bist zwar ziemlich verletzt. Warum laufst du jetzt eigentlich zu mir, wenn da vorne noch Gegner sind? Achso. Du kannst ja auch fernkampf. Ja. Sei dir gestattet. Sei dir gestattet. So. Ich will auch mal die andere Richtung, bevor wir da runterfallen. So. Einer ist tot. Lauf mal rein. Mir wurscht. Mir geht es gesundheitlich eh gut. Ich bin gut, dass ich die Regeneration hochgeschalten habe. So. Jetzt haben wir noch einen Zauberer des Schwarzen Ringes. Ganz was Neues. Wir speichern. So. Okay. Da vorne ist ein Dämon. Den könnten wir mal locken. Oh, da sind einige Dämonen. Wir locken es alle raus. Komm, Tierchen. Achso. Das hört ja nicht auf mich. Oh ja. Es hört auf mich. Ja, fein. Supi machst du das. Na komm her. Wo bist du denn? Wo bleibst du denn? Lahme Ente. Komm doch. Was ist? Da bist du. Dämonen Häuptling. Okay. Ich glaube ich treffe mich. Nein. Ist er schon tot? Aha. Da oben. Da oben bist du. Okay. Das muss der sagen. Ich muss sagen. Hallo. Da oben bin ich. Okay. Was haben wir da noch? Da sind noch. Ähm. Dämonen Häuptling. Okay. Die sind urschnell droht. Warum sind die jetzt auf einmal so schnell droht? Warum sterben die jetzt so schnell? Die Dämonen. Oder? Weil die Dämonen Häuptlinge auf dieser Gruselinsel einfach nur stärker. So. Da haben wir auf jeden Fall wieder so einen komischen Beobachter. So. Genau. Ich schieße in die Wand. Aber ich wusste. Ich habe meine. 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 Meine Routine. Die mache ich einfach weiter. Obwohl. Ich nicht treffe. Au. So. Kommt sie mir nach? Tierchen tot. Aber bald wieder da. Wo? Ja. Ja. Die kommen alle. Ja? Wo sind da? Wo sind? Jo. We sind da? Ja. Wir sind da. Ich könnte jetzt einen Drang vertragen. Ich sollte mein Tierchen holen. Das lenkt mir ein bisschen ab. Erwache mein Tierchen. So. Okay, geht schon. Feuerskelettschütze. Feuerskelettschütze. Skelettsauber ist fast tot. Du müsstest dich nur da wischen. Irgendwie. Okay, irgendwer ist gestorben. Wahrscheinlich jeder Skelettsauber. So. Yes. Okay. Weiter geht's. Da ist eine Kiste. Da oben kraxeln noch Feuerskelette herum. Haben wir da in der Gegend zumindest mal alle ausgemerzt? Ich trau dem Spiel nicht. Aha. Perfekte Goblinbeine. Ich muss dann irgendwann in meine für den Damian in meine in meinen Drachenturm mal die neuen Teile für mein Tierchen ausprobieren. Ob die irgendwie besser sind. Au. 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 Okay, da kommen jetzt wieder viele. Viele, 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 viele. Viele, 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 viele. Ja, und ich bin ja so gescheit. Das Tierchen ist auch wieder da. Das sollte ich schnell holen. Ach so. Ah. Nein, ich hab's gleich wieder weggeschickt. Ich dödl. Ich bin ein dödl. Ja, ich bin ein vollkommen fähiger, kompetenter Streiter in den Weiten der Spielewelten. Wie kann man wie kann man während eines Kampfes so viel Schwachsinn daherfaseln, wie ich das tue? Ich mein, ich wage ja fast durchgehend, oder? Irgendwie. Oder hab ich auch mal stille Phasen, wo ich gar nichts sag. Selten. Ich seh das ja beim Schneiden. Irgendwie muss ich dann sagen, muss ich das dann irgendwann in zehn Jahren noch hören, was ich da klabert hab. Meistens entscheide ich mich dann für ja. Ich frag mich ja nicht, will das jemand hören? Also jemand. Sondern ich frag mich, will ich das dann irgendwann wieder hören, wenn ich mir das nach langer Zeit wieder anschaue? Alter, Dumpadu. Dumpadu. Ach so, du bist noch nicht. Aber jetzt. Aber jetzt, Dumpadu. So. Erwache mein Tierchen. Komm mal zu mir, Schatzi. Geht da oben? Brennt doch was. Ja, da rennen zwei. Wupsi. So, ich mach euch von unten. Tierchen, du kannst direkt oben bleiben. Das ist überhaupt kein Problem. Du von oben, ich von unten. Und das passt dann. Zack, 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 zack. Verfehlt. verfehlt. Ach so. Okay, jetzt nicht mehr verfehlen. Ähm, ach so. Da. Ja. Hi. Hallo. Tschüss. So, da unten brennt nur Feuer. Riesengroßes Feuer. Leer, leer, leer. Wir machen es trotzdem kaputt. So. Und, was dreht? Nein, was dreht? Nein, wir machen es trotzdem kaputt. Okay. Da ist nichts zum kaputt machen. Nee, das sind nicht kaputt Machkisten. Das ist voll fies, dass die die überhaupt herstellen. Laden einen ein, so, wie zu machen und dann geht nichts kaputt. So, ähm, ja, wir speichern. Gut, äh, weiter geht's. Punkt, gemisch. Da, 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 Die, du, und die, da. Die, da, die, da, du, da. Jetzt rede ich nicht nur Schwachsinn, sondern sing auch noch Schwachsinn. Das ist ein Wahnsinn mit mir. Halt mal nicht aus mit mir. Okay, dann gehen wir halt mal da rauf, wo da noch die Feuerskelette waren. Ob's da noch was gibt? Ich glaube, ah, aha, 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 aha. okay. Ja, wir werfen mal einen Blick da her. Zuerst rennen wir mal, aha, da ist noch ein Schütze. Du musst erst herlaufen. Bist unfähig, okay. Okay. ja, 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 ich will trotzdem noch zuerst da runterlaufen. Ob ich dann noch irgendjemanden übersehen habe? Oder irgendetwas? Nee, ich glaube, jetzt ist es wirklich sauber. Da oben ist eine Kiste. Das ist nicht die Kiste, die ich schon aufgemacht habe. Das ist eine andere Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Okay, ultimativer Nahkampfschutz und besondere Gewandtheit. Hübsch, hübsch, genau, hübsch. So, wir schauen da noch rein, wir speichern. Guck mal, da ist eine Kiste, da ist ein Beobachter. Da ist ein Beobachter. Na komm, ja, was, wo, wie, was, ja, okay, na komm, ja, okay, komm ein bisschen näher, aber dann kann ich das so machen, genau. Du machst das super. Ich schieße mal wieder in die Wand. Zack, 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 au, zack, 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 zack. Okay, dann gehen wir in den Nahkampf. Das haben wir letztens auch mit Nahkampf gemacht, weil der sich immer so heilt. Ich kann nicht. Na schau, jetzt heilt er sich schon wieder, der Scheiße. So, geht schon, komm, stirb, stirb, stirb. Du bist irgendwie schön. Ich meine, irgendwie bist du ein schöner Riesenschädel. Aber du heilst dich ständig, das nervt, hör auf damit. Hörst du auf damit? Das nervt wirklich. Jetzt brenne ich, ich brenne. Du verbrennst mich, aber jetzt stirbst du bald, oder? Noch nicht. Jetzt, jetzt, stirb doch endlich, bitte, danke, geht doch. Wechseln, Waffe. Habe ich gespeichert? Ich habe gerade gespeichert, oder? So, da sei in Kiste. Das ist, ich wollte jetzt nicht hin. Ich will wieder zurück. Lass mich raus. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Da gibt es noch, da gibt es noch innen was. Da gibt es noch innen was. Yay! Unterirdisch. Okay, es könnte sein, dass die fliegenden Festungen doch interessant sind. Jetzt kommt es halt nur darauf an, wie das da gestaltet ist von den Gegnern her. Skelettkrieger. Naja, immerhin kein Feuerskelettschütze. Ist ja schon mal was anderes. Wir lassen dem Spiel eine Chance. Weil bis jetzt war ich ja wirklich begeistert von dem Spiel. Ich muss ein Heilmittel finden. Achso. Ne, nur vergiftet. Schatze, das haltest aus. Das ist, das ist nicht so schlimm. Aber, 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 ja, stirb doch. Ich kann nicht. Au. Was ist denn da noch? War, wie, was, wann? Achso, irgendein Fernkämpfer. Okay. Skelettzauberer. Okay, ja, passt. Zumindest einmal andere Gegner. Das ist ja schon mal was. Zack, 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 zack. Krieger. Der rennt wieder weg. Lass das! Das nervt, das tut weh. Willst mir nicht wehtun. rum. Okay. Du bist ein Krieger. Aber wie geht's mir? Mir geht's gut. Noch nicht. Zack. Die trausteren Kämpfer, Krieger, was auch immer das war, waren stärker. So, ich geh jetzt trotzdem noch mal raus. Weil ich beende den Teil. Und das Innenleben machen wir im nächsten Teil weiter. Okay, ich bin jetzt auf der dritten Ebene. Also drei Ebenen haben wir. Und auf der dritten Ebene war, Tierchen, du gehst mal schlafen. Auf der dritten Ebene haben wir mal einen Eingang irgendwo hin. Ich weiß auch nicht wo, aber ist ja wurscht. Gut, dann heute zwar ja, man soll halt nie den Tag vor dem Abend schimpfen. Aber ich bin ja gespannt, wie es der drinnen und weitergeht. Ja, dann sag ich vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Habedere.